Nein! Aber was kommt jetzt? Äh? Ah, meine Tür! Bleib bloß hier Tür! Alter Schwede, was ist hier? Was geht hier? Ab auf dieser Map! Hallo lieber Kev! Nein! Was? Nicht? Nein! Hallo im August und willkommen zu einer weihnachtlichen Folge GTA Online zusammen mit Kev! Hallöchen! Oder soll ich sagen Hohoho! Alles Gute vom Geilo Nachtmann! Und mit Mappas und Tinko! Mit dem einen Loser! Was geht? Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Alle 10.000 Sätzen! Ja, wir sind alle 10.000 Sätzen! Weihnachten! Heute geht hier alles! Ich bin schon vorbei am Geldsetzen! Nein, das ist ganz am Ende! Bereit am Spielen kannst du immer sitzen! War nix! Alle 10.000 Pokedollar! Das ist es! Leute, genießt Weihnachten! Habt Spaß! Und heute gibt es eine richtig geile Super-Sportwagen-Parcours-Map für euch! Aha! Und ja! Hab einfach Spaß! Level-Agent! 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 Oh, du wirst da leider! Aber auch Weihnacht, Leute! Da gibt es hier die volle Action bei GTA! Für euch natürlich! Oh-loi-loi-loi! Wo war ich denn hingegangen? Oh! Wo stecke ich ihn denn fest? Was ist denn jetzt los? Hilfe! Ich bin auch irgendwo bis in die Pampa geflogen! Hallo Level-Agent! Da ist kein Abschuss erlaubt! By the way! Na klar ist Abschuss erlaubt! Alter, auf Weihnachten darf ich machen, was ich will! Weihnachten nicht! Also ich mache nichts! Ich halte mich an die Regeln! Ja, ja! Oder Dena, bist du verabschluss? Ich bin hinter dir, wollte ich nur sagen! Nein, nein! Ohne Abschuss! Also ich würde auch ohne Abschuss machen! 10 Kilometer ist hier! Wo lande ich denn hier? Ich bin auch im Grab gelandet! Ich bin auch im Grab gelandet! Ich bin auch im Grab gelandet! Deko, ich musste auch respawnen! Ich bin in irgendeinem Vergewaltigungskeller gelandet! Deko, lassen Sie mich vorbei, Windschatten und so! Also sind wir in Dekos Schlafzimmer gelandet! Hä, wo fährt man denn hier? Mein fährt ja nur über die Bahn hier oder? Ja, ich sehe das! Ja, egal! Ich fahre rechts zu links! Ich fahre schlicht ab! Hä? Was? LOL Einstein! Wow! Wir kämpfen neben mir! Was war das immer, Bossa? Das war so geil aus meiner Aufnahme! Ich hab den gar nicht gesehen, Alter! Ich bin da auf der Instagram-Künfte! Wow! Wow! Ey, das war ja... War frei, Leute! Vor Weihnachten! Ich bin der Erste! Ja, sehr schön! Was ist das denn? Oh, Marvin ist vor mir! Ey, Marvin! Was war das? Das ist Asian! Bitte, 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 bitte! Nicht explodieren! Was passiert hier? Wir hatten eine Habbombe gewonnen! Nein! Wer war das? War das schon wieder der Däne? Ich glaube, das Däne von uns trollt keiner bei Asian Maps. LOL! Ich war's nicht! Ich hab keine Bombe! Ey, ihr müsst richtig Gas geben! Geht Gas! Geht Gas! Flieg weit! Nach vorne leben! Leute! In die Mitte müssen wir! Ah, wir müssen da runter! Okay, in welcher Richtung muss man dann rausfliegen? Links rausfliegen! Alter, es ist voll schwer, da auf den richtigen Platz zu fliegen! Alter, ich bin letzter Platz! Kann doch nicht schwer sein! Natürlich! Ich bin letzter! Hä? Ja, man muss ja auf die Platz kommen kommen! Du machst das Fußparcours-Map, Jungs! Das ist geilste Fuß-Map! Yes! Ich bin drauf gelandet! Ja, ich glaub ich schaff's auch! Jawohl! Ähm, man braucht uns das wieder vierter! Huh! Dicke hoch! Alter, nice! Das war durch die Gastronomie! Ich bin eingeklemmt! Ich muss respawnen! Ja, ich bin jetzt respawnen! Ja, ich bin jetzt respawnen! Ja, wo fährt man denn da längs hier? So außen rum? Voll die krasse Map! Alter, man dreht sich nicht, wenn man sich einmal dreht! Ist schwer! Dicke 20 meine ich! Ach! Wie kommen wir da denn hoch? Dann musst du außen rum irgendwie so längs ballern! Warlord! Verziehen sie sich! Ey, du hast mich gedreht! Das war übrigens der erste natürliche Warlord, den ich gesehen hab! Ja, ja! Voll geil! Vor der Natur geschaffen! Wunderschön! Wundervoll! Alter, ich hab fast die Rampe gesprungen! Ein echtes Weihnachtsgeschenk von der Natur! Das ist ein richtiges Geschenk, Leute! Ich hab auch ein bisschen die Rampe zu fahren! Wenn ihr heute fröhlich drauf seid, dann drückt auch den Daumen nach oben bei unseren allen Kanälen und schaut bei allen vorbei! Der geile Nachtsmann liebt euch alle! Der geile Nachtsmann, Leute! Das ist nix sexuelles! Alle denken immer, dass es auch sexuell ist! Der geile Nachtsmann... Warte mal! Nein! Also wenn du sagst, der geile Nachtsmann liebt euch alle! Das könnte auch ein Pornotitel sein, ganz ehrlich! Der geile Nachtsmann ist liebenswürdig! Das ist ein netter Bursche! Ja, ja, kann ja ein netter Bursche sein! Aber du kannst ihn vorne haben! Nein! Ich verstehe auch die Eltern nicht, die sagen, Geilo ist sexuell! Das stimmt gar nicht! Geilo ist sowas wie... Hammer! Ja! Und Hammer ist auch so sexuell! Kann doch nicht wahr sein! Der geile Nachtsmann, der schon... Ja, der geile Nachtsmann... Der kommt nachts und ist geilo! Also was willst du denn da noch sagen, ey! Das stimmt überhaupt nicht! Aber privat ist er ganz nett, nicht vergessen! Privat ist er ganz nett! Privat ist er ganz nett! Du sagst, seid ihr gute Freunde, ne? Ja, ja! Loll, schneit es bei mir hier in der Aufnahme oder ist aber nur ein Grafikwrack gewesen? Ich weiß es sei ja nicht! Weihnachten! Hey, wer fährt? Ich war auch rückwärts hoch! Echt? Das ist doch... Ich komm mir grad nicht drauf! Loll! Ne, da fährt rückwärts hoch, wirklich! Nein! Endlich, Alter! Endlich geht's hier weiter! Immer hier... Ich leg mich immer auf den Rücken! Nein! Rutsch doch nicht! Ich kann einfach... Rutsch doch nicht! Ja, wie du schuldig wolltest, der Käfer wieder runtergekommen! Ey! Geländefahrten mit dem T2! Nein, 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 nein! Es ist so kacke! Ja, die sind anspruchsvoll, ne? Aber man muss halt ein bisschen Skill haben und dann ist kein Problem! Für dener... Dener kann das echt gut, Alter! Man darf sie nicht überschätzen, weißt du? Das ist der Trick! Du musst einfach... Du musst genügend zusammen sein, ne? Meiner dreht sich schon wieder, dieser Honk! Ey, wieso... Er fällt... Ich bin so zum zehnten Mal auf dem Rücken... Nein! Nein! Zum zehnten... Verdammten Mal! Ja! Ist da irgendwie der erste Mal runtergefallen? Oh, ich wäre gerade fast den kompletten Berg runtergefogen, ne? Ey, wie schafft ihr das nicht auf dem Rücken zu landen? Bei mir ist das... Einfach aufpassen, ne? Das ist wohl schlechteste Tipp, den es gibt, Alter! So, ich bin jetzt am Parcours-Part angekommen, würd ich sagen! Und der hat's auch noch so gut, weil ihn keiner stört! Ne, hier ist noch... Oh lol, oh lol, ja! Okay, okay! Mieser War Ride! Mieser War Ride! Puuuuh! Ihr schlafen War Ride? Oh fuck! Oh, no, 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 nein! Komm schon! Man darf es nicht fürs Try schaffen, sonst wird es zu einfach! Hä? Naja, okay, es war... Es war nicht schön geschafft, aber es war geschafft! Oh, Dirk war es echt geschafft! First Try! Alter, das sieht aber... Wo zur Hölle geht das lang, Alter! Wow! Was muss da oben? Alter, wie gut ich den geschafft hab! Das ist ja der Wahnsinn! Lass mich durch! Wie zum Teufel komm ich denn... Hä? Das war ja krass! Oh, Vorsicht! Das ist auch eine krasse Stelle hier zum Hofhorn! Alter, ich bin ja perfekt aufgekommen! Okay! Voll ernst! Okay, das wird es aber... Wir müssen die Runde drehen! Wie musst du... Achso, du musst da in der Mitte rausfliegen oder was? Wie muss man das machen? Ich hab ihn! Nein! Ich hab ihn! Alter, wie cool ist die Map denn? Das ist echt cool gemacht! Ich mag's euch! Danke lieber Weihnachtsmann für diese coole Map! Wow, wow, wow! Nice! Feig! Komm schon! Komm ich sogar drauf! Die Weihnachtshaftpipe! Oh, nice! Wird auch geschafft! Aber ihr seid richtig weit vorne! Boah, fass halt nicht runter! Müssen wir aufpassen! Komm schon! Kann man so drauf! Und... Tack! Das ist aber nicht so schnell, ne? Oh, oh! Das ist aber nicht so schnell! Komm schon! Komm schon! Alright! Ist das... Das ist gar nicht so? Oh, lol! Ja, so wie zum Thema ist nicht schwer! Verkackt! Oh, yeah! Verkackt! Alles von vorne! Nein! Boah, was kommt jetzt? Hä? Meine Tür! Bleib bloß hier Tür! Alter Schwede, was ist hier... Was geht's hier? Ab auf dieser Map! Hallo lieber Kev! Nein! Was? Nicht! Nein! Mein Tipp an dich, Marvin! Immer Vollgas! Habt ihr das geschafft? Nein! Hab ich nicht wegen dir! Geil! Und bist du auch runtergeflogen? Ich bin auch runtergeflogen! Ja, immerhin ey! Lass mich, Alter! Nein! Deko! Noch einmal! Es ist Weihnachten! Gib mir ein Geschenk! Ich wünsche mir noch nichts mehr von dir! Ich wünsche mir noch nichts mehr von dir! Ich wünsche mir noch nichts mehr von dir! Nur fast! Nur fast! Ich habe ein bisschen... Wir haben Fighting gespielt! Ei, ei, ei! Nein, 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 nein! Boah! Das war close! Ich will nicht alles nochmal machen! Aber es ist echt nach Schnee aus hier, ne? Ja! Nein, nein, nein! Jetzt muss ich mal jemand aufhalten! Ja, vorbei! Ja, Marvin ist gerade bei ihm! Kev kommt dir entgegen! Hau Kev weg! Nein! Er wollte mich wirklich weg! So, aber! Ich wollte gar nicht! Ich hab das genau gesehen! Er wollte mich nicht weglaufen! Ich hab das genau gesehen! Please! Alright! Müssen sie den scheiß Halfpipe einmal richtig schaffen! Nein! Nicht überdrehen, Mist! Ey, Marvin wird mich noch holen! Der ist eigentlich überhaupt nicht mehr! Oh nein! Nicht seit ich raus! Nicht seit ich raus! Nicht seit ich raus! Er ist wirklich nicht so schwer! Ja, jetzt bin ich richtig drauf! Sehr gut! Oh fuck! Dann muss ich mir mal einreden, dass es nicht schwer ist! Der wird rübergepimmelt! Oh man! Er ist die ganze Halfpipe vor uns! Jetzt ist auch ein Ketzler vorne! Irgendwie krisselt's hier bei mir! Ist das bei euch auch so? Was? Wenn ihr euch die Elemente anguckt, dann krisseln die bei mir so! Nö! Krisseln? Ja! Krise ist ein Fachbegriff! Ich hab so weiße Punkte, wenn ich im Schatten bin! Das hört die Typen beim technischen Kundendienst am Telefon auch immer, beim Fernsehk. Nein, ich hatte den, oh. Das ist so bitter. Wir haben auch viel härter gefehlt und ich war so weit vorne. Ich glaube das sind die Schrauben. Was ist ein zweiter? Nein, das kann doch nicht. Ja, verdient mir doch mal irgendwas, Charles. Wirklich so, Alter, wir dümpeln hier alle rum. Oh, ich habe Perfektes hier reingeschafft. Oh. Ich überhole jetzt mal Wasser. Im... Nein. Oh, Alter, wie knapp. Ey, das kann doch nicht. Jawoll, überholt. In der Hand beim Geil. Komm her, wie der Tür. Ach, hier ist er erst, ey. Nein! Ich kann! Ich habe den ausgehauen. Ich hätte dich auch unterhauen können. Ich habe extra ausgewichen. Ich bin schon fünfmal bei dem Ding rausgeflogen jetzt, ne? Fünfmal. Und der Cap macht das first try. Nein! Er rutscht raus. Shit, es war first try. Oder auch nicht. Ja, Delco hast du ihn. Ja, Delco hast du ihn. That's sweet. David, nimm dir Windschatten von mir. Brauch ich doch nicht. Schon wieder daneben gefahren. Aber wir sind alle so close aneinander. Halt. Ach komm. Musst du schon wieder da hinten hin, Delco? Geflogen. Es ist so bitter, ne? Es ist so bitter, ne? Wuh! Oh! Schaff ich so? Nein! Dann Delco nicht geschafft. Bitte. Oh, okay. Warte, warte, warte. Du hast gesagt, du bist sieben Minuten, nachdem ich dich gerammt habe, bist du rausgeflogen. Oh nice, ich hab's. Aber ich bin dritter. Das ist echt verrückt. Was, Delco? Wieder hierher? Hä? Wie lange geht denn das noch, bitte? Nein! Ich will hier hoch! Nein! Gib Gas zur Seite! Es könnte noch klappen. Nein! Nein! Dena, ich hab's. Bist du runter, Kev? Dena, was machst du denn da? Ja, ich muss da ja längst. Was soll ich's machen? Wieso? Es ist so ne geile Stelle. Ich finde, es sollte so ne... No! Oha! Fuck. Oha, Krox! Ei, 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 ei. Krox! Oh, 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 oh! Das hast du verdient, Kev! Ey, lass mich! Dena, du bist so ein Asi, ne? Wir schießen uns hier nicht ab! Hier muss ich alles nochmal machen! Ja, aber das hast du verdient, du hast mich auch mal so abgezogen! Ey, ich war schon vor dem Wegpunkt, ne? Ja, warst du! Ey! Man kann aber diese Halfpipe nicht richtig schaffen, oder? Also nicht aus dem Hinweg. Hast du das hier oben raus seid und dann wieder direkt in die nächste Halfpipe rein? Nein! Also es ist schwierig. Ich lande immer genau auf dem Rand. Marvin, verzieh dich! Was machst du? Ey! Wo bist du denn? Hallo! Die Map ist krank. Marvin ist einfach ein... Und wieder in den Wallride! Aber es sind keine, sind das zwei Runden oder ne? Das ist eine Map, ne? Oha! Oha! Jetzt ist hier Skill gefragt! Jetzt ist Skill gefragt! Und Deko künstelt! Ich hab's letzter! Deko, willst du nicht vielleicht mal deine Raketenwerfer auspacken und ein bisschen trollen? Statt zu tryhorden! Was? Was? Wo muss man jetzt hin? Soll ich den da wegschießen? Los! Ne, mich nicht, aber alle anderen! Ich bin am Punkt vorbei! 11! Marvin, du hast nicht am Punkt vorbeigeschlagen! Ach, wenn ich dann den da wegschießen will, läuft der Spaß auf, oder was? Der Spaß ist sofort auf! Es ist Weihnachten, macht man das! Warum denn zum Teufel?! Zieh sie sich! Ey! Danke Mister! Ey, ich hab den Punkt auch gekriegt, ey! Du ist so ein... Das ist unglaublich! Das ist unglaublich! Was?! Und go! Ich denk, ich bin schon die Half-Hype gefahren und ich hatte irgendeinen Punkt noch nicht! Das ist auch nicht wahr! Hä? Wo? Welchen von den Punkten musst du denn noch holen? Ich kenn's dann! Oh, Japs! Besinnung! Du hast mich doch in der Luft gerammt! Was?! Was? Die Verkack-Eiern?! Alter! Ich habe nichts getan! Welchen Punkt soll ich denn bitte holen? Ich bin Freedforst! Ey, jetzt verkack ich die ganze Zeit schon wieder! Ey, Leute! Welchen vor der Half-Hype, welchen Punkt muss man da holen? Äh, oben in der Luft! Hahaha! Dena! Was machst du denn?! Ich bin ja gar nicht letzter! Loll, wir haben uns die ganze Zeit abgekrümmt, um diesen Punkt zu kriegen und Dena hat den einfach gar nicht eingesammelt und dachte erst weiter! Das ist wie in der Runde davor, dass man halt einfach da... Das heißt, man muss einfach ganz hoch, oder wie? Ja, du musst da oben so einen Punkt erwischen! Der ist über dem höchsten Punkt! Ach so! Ja, ich hab ihn! Deko bist du schon im Ziel? Ach Gott, das kann nicht wahr sein! Ne! Aua! Ja, was? Wo soll man da denn hin?! Ja, jetzt versucht das mal da! Seid ihr jetzt nach dem Wallride, oder was? Oh! Alter, okay! Es hätte fast geklappt! Man muss da nur ein bisschen durch... gehen! Man muss da oben durch das Löchlein, Marvin! Durch das Löchlein jumpen! Es ist fast so eng wie Marvin vor der Vergewaltigung! Vor dem Ziegenmann! Was?! Es ist so wie Marvin vor Ziegenmann! Oh nein! Dreh mir! Ey, ich muss schon wieder da drin! Ah Mist, okay! Mehr Geschwindigkeit? Höher! Aber das kriegen wir hin! Das kriegen wir wirklich hin! First Strike! Oh! Richtig close! Bei mir auch erstes mal richtig close! Zweites mal ein bisschen schlechter irgendwie! Boah, ich bin endlich gleich mal durch den scheiß Wallride durch! Ich hab schon jetzt ne Runde wieder über den Berg gedreht und bin jetzt schon wieder auf diesem Konstrukt! Achso, es sind zwei Stunden insgesamt! Oh nein! Oh! Es war so... Es ist so close! Meine Spitze war schon durch das Löchlein! Was für ein Löchlein denn bitte?! Ich bin durch das Löchlein gecruised! Was ist das für ein Löchlein von dem Gespräch? Ach, da oben! Nach dem Wallride musst du durch das Löchlein fliegen! Du musst ganz oben am Rand abspringen! Ja! Ich bin im Löchlein stehen geblieben! Steck geblieben? Ja! Hängen geblieben! Im Löchlein! Boah, zu hoch! Meiner ist zum zweiten Mal zu hoch! Also Dena ist so groß, dass er in dem Ding sogar stecken bleibt! Ja! Das ist die Weihnachtsfolge für die ganze Familie! Das ist hier ein Spaß! Ein Spaß zu groß und klein! Das ist echt die Weihnachtsfolge! Ah! Löchlein perfekt! Ey, ihr kommt alle durch! Durch das Löchlein durch! Ich geh die ganze Schuhe! Habe ich den Punkt bekommen? Ich weiß nicht, ob ich den Punkt bekommen habe! Ja, habe ich doch! Dacht schon! Ich habe den Punkt auch gekriegt! Okay! Beim vierten Mal durch das Löchlein! Ich bin zweimal drüber gegangen! Hä, das heißt jetzt fährt man den Berg runter? Oder was ist da los? Ich zeige ihn wieder hoch! Noch eine Runde! For real! Alter, wie lang ist die? Sieben Kilometer waren es auch, ne? Ja, die war schon ziemlich gigantisch! Und da hast du zwei Runden! Sportermäßig war nie! Das war Punkt-zu-Punkt-Rennen, ne? Zwei Runden wäre schon echt evil kniebel! Aber ich glaube, das ist ein Punkt-zu-Punkt-Rennen gewesen! Ja, es war cool! Es war die ganze Zeit vierter und jetzt bin ich hier wieder! Wow! Ach, wieder die Kacke! Was? Ey, das heißt, der hat zwei Runden in Punkt-zu-Punkt eingebaut? Never! Doch, doch! Hat der! Der hat einfach die Runde zweimal gebaut! Oh! Das gibt's doch nicht! Egal, das bietet mir Möglichkeiten, euch einzuholen! Die Möglichkeit? Ingema! Nein! Wir hier nicht runter! So! Wir haben nicht geschossen, Kev! Neko, ich bin gleich wieder bei dir, Mister! Schieß' ich aber gleich! Nein, schieß' ich nicht! Okay, ich hatte meine Waffe gezückt, aber du hast weg! Das ist hier wenigstens die Weihnachtsfolge! Du hast mich abgeschossen, Kev! Du hast mich abgeschossen, Kev! Seid ihr erschossen? Hab ich nicht! Das war Marvin! Ne, du hast mich abgeschossen! Wie Kev immer so dreckig liebt! Ey, ich hab mich nicht abgeschossen! Doch! Mein Rast war kaputt! Es war niemand in der Nähe außer du! Hä? Ich schwöre! Ich schwöre! Ich schwöre, Alter! Hä, warst du der Gelbe hier? Du bist McDonalds! Na, viel zu lange, Leute! Wie kam ich denn da rüber, ohne dass man da zerschellt? Alter, ist das Heftige! Ah, scheiße! Witzkill! Witzkill! Marvin, du bist aus der Tür weiter, ne? Ne! Alter, ist das... Ey, das ist echt haarig! Was denn? Haarig als Barker! Oh, ich war fast drauf! Ich komm einfach nicht auf die andere Seite! Ich war wirklich fast drauf, das gibt's doch nicht! Alter, das kann doch nicht! Es ist aber möglich, Marvin! Ja, aber ich... Nein! Nicht für mich! Auf welche andere Seite denn? Ja, nachts n komischen... Ja, und ich mach mir extra den Aufwand für diesen Punkt, dann muss man den gar nicht erreichen! Hä? Marvin, bist du schon drüben? Nein! Alter... Schon wieder fast drauf gekommen! Warte mal, ich fahr jetzt mal anders! Ich glaube, man kann den auch anders machen! Okay, ich bin drauf! Ich bin drauf! Bist du ganz da rumgefahren, oder? Nee, du musst ja rechts vorbei! Lol, deswegen! Oh lol, was passiert jetzt hier? Komm schon, komm schon, komm schon! Jetzt hab ich grad mein Zeitfenster! Diko ist, glaub ich, nicht mehr einholbar, aber... Mabossa und... Mabossa und... Wollen wir jetzt nächstes checken? Ey, wer hätte das gedacht, dass hier das noch spannend wird? Ich dachte, die Karten wären schon ausgeteilt! Aber das Deck wird neu gemischt! Hehehe! Ja, außer bei Diko! Oh, nicht springen mehrfaches! Ganz im Ernst, ich hab keine Ahnung, wo das Ziel ist! Das ist alles nicht wahr, hier! Bist du beim Zielen, oder was? Theoretisch ja, aber ich weiß nicht, wo es ist! Achso, er muss jetzt noch einsammeln, aber... Nee, du bist auch nach dem WarRide noch nicht, oder? Muss ich wieder durch das Löchlein, oder was? Da hinten ist das Ziel! Was? Das Ding ist, wo ist das Ziel? Schön irgendwo auf dem Berg, oder so. Einfach hinfahren. Und dann fahren wir doch mal rüber! Achso, hier bin ich gespawnt! Oh, das kann... Ich hasse... Oh, ich möchte auch nur ankommen, verdammt! So! Hier kann ich Zweiter sein! Hat Marvin Diko überholt? Ich bin Dritter! Ganz... Ganz ehrlich, was mache ich denn hier? Echt komisch! Hast du hier schon alles abgecheckt, Diko? Hä, bist du... Du musst doch noch einen Punkt einsammeln, da oben! Ich bin jetzt auch... Achso, LOL! Okay... Ich lenke doch immer nach rechts, wieso denn? Und jetzt explodier ich! Ich flieg einfach vorbei, noch schlimmer! Es ist nicht alles sichtbar! Es darf alles sichtbar sein! Ich bin Jack zum... zum Goal gefahren! Calvin's Erster? What? Ich wär fast den Punkt reingeflogen, ich weiß, wo der ist! Ich wär fast vom WarRide da reingeflogen! Man kann da richtig gut reinfliegen! Und ich weiß, wo er ist! Ein Katzensprung! Es ist unglaublich, er macht das! Oh, endlich! Okay, ab geht's! Nein, nein, nein! Rutsch da nicht runter! Kommt, der reicht, Leute! Das ist möglich, das ist möglich! Ich bin jetzt bei der Haarpipe, ey! Oh, Diko hat's glaube ich, oder? Oh, Leute, noch ist alles drin, noch ist alles drin! Konzentriert hier durch! Konzentriert hier durch! Nein! Und direkt weiter, direkt weiter! Ach, da! Alter, das ist echt... Oh, ich seh auch schon... Das ist echt fast hier, komm! Ja, hier, trollen wir uns nicht, oder? Doch, doch! Trollen, trollen, trollen hier! Ja, ja! Wenn ihr euch nicht trauen, dann traue ich euch gleich alle! So viel steht fest! Nein! Das kann doch nicht! Es ist möglich, Alter! Man muss nur richtig aufkommen hier! Muss man durchs Loch? Nein, nein! Ja! Man muss nicht durchs Loch! Und in dem Moment fliege ich durchs Loch! Ist es euer Ernst? Ich hab den Punkt eingesammt! Oh, Gott sei Dank! Ich bin bei euch! Kinder, ich bin bei euch! Ich glaub das nicht! Ich hab's! Nein! Ich hab's nicht geschafft! Ja! Ah! Weihnachten ist toll! Wo muss man denn springen? Du musst hier links! Nee, Dena, da wo der abknickt, da wo du grad gegen gefahren bist ungefähr, da musst du oben raus, gerade oben fliegen! Okay! Das heißt, ich coache dich! Wie ist das jetzt? Alter, wir haben gewonnen, Leute! Nice! Okay! Oh, nice drauf gekommen! Und warte! Und jetzt schon mal! Äh, ne noch nicht, noch nicht, noch nicht! Und jetzt hoch! Nein! Ne, das ist viel zu spät! Du musst davor, bevor diese letzte Plattform ist! Ach so! Du musst da gerade fliegen und nicht nach rechts! Ah, ich seh schon den Punkt, ja! Irgendwo in den Bergen ist er! Ach, Alter! Ich war so lange erst da! Ich bin sogar ein paar Mal einfach den Berg runtergefahren, nur weil ich dachte... Hier, Dena, ich sag's dir wieder! Schön! Schön! Und jetzt nach oben! Oh! Genau so! Genau so! Es ist exakt! Ich land' daneben! Jetzt müsst ihr den sehen! Ich bin drüber geflogen! Guckt da oben auf den Berg! Ja, ich seh den Punkt, Alter! Ich flieg aber vorbei! Ey, ich bin ganz im Ernst! Genau! Dena, bleib da! Du kannst den Berg hochfahren! Ja, du kannst den Berg hochfahren! Ich bin zu weit geflogen! Ja, ich weiß nicht! Mal schauen! Dena, du kannst den Berg hochfahren! Berg hochfahrens Käse mesen! Das ist ja Weihnachten! Dann ist alles erlaubt! Eben! Weihnachten, Kinder! Aber von der anderen Seite musst du kommen! Und deswegen! Keffer hat nämlich ihn auch so bekommen! Ja, genau wie Deko! Er hat's auch versucht! Das nur explodiert! Bin ich explodiert! Ach so! Ich dachte, Keffer hat's richtig so geschafft! Nein, hat das nicht! Denn dann ist ja keiner von euch bisher der wahre! Ich bin auf dem Berg zwar gelandet, aber ich bin da wieder runtergefallen! Du bist rot! Du warst auf dem Berg! Dann hab ich's mit dem hochfahren! Na, schon wieder nicht! Das heißt, man kann auch zum wahren Sieger werden, wenn man's direkt schafft! Hab ich's richtig verstanden! Das ist so fies, ne! Ich hab zwischendurch gepragt, man kann hochfahren und alle haben Ja gesagt! Und jetzt wird auf einmal geändert, ne! Du hast nur gefahren, ob wir uns trollen! Ah, den hab ein bisschen zu weit rechts! Ja, viel zu weit irgendwie! Komisch aufgekommen! Hör mal, hör mal Bossa jetzt sehen! Eieieiei! Nein! So close! Ah! Okay, aber das kriegen wir so hin! Das kriegen wir echt so hin! Ey! Das waren 5 Meter oder so daneben. Alter, ohne Witz, Deko, das war echt knapp! Genauso bin ich ungefähr das erste Mal geflogen! Deko, ich glaube an dich Ich glaube an dich Ich glaube an mich, ich werde Richtiger vorbei wieder Und Deko, dein Ding Oh, du fliegst, Zucker Willst du nach unten? Zucker fliegen Nach unten Nein, er hat es geschafft Nein Ist er reingeflogen? Dener, sehr gut Dener hat es auch geschafft Ziel, Bitches Marvin, du hast nur die Chance Und er springt nochmal, er könnte es noch schaffen Wenn er jetzt reinfliegt Es war zu spät Er kann sich nicht mal mehr in die Luft sprengen Das war gar nichts für ihn, Leute Leute, es war eine richtig geile Folge Wir hoffen, ihr hattet Spaß Frohe, frohe Weihnachten an euch und eure Familie Genießt den Tag einfach Und vergesst das Däumchen da oben nicht Schaut in der Beschreibung Alle Kanäle sind da Wir werden jetzt auch Weihnachten genießen Deswegen haben wir vorproduziert Wünschen euch einen schönen Tag, Leute Bleibt geil und macht's gut Bis dann, ciao, ciao Ciao, ciao, Leute In drei Tagen geht es weiter Checkt alle Kanäle aus Ich wünsche euch frohe Weihnachten Ich hoffe, ihr bekommt schöne Geschenke 10.000 Gesetze Guckt das an Ja, und ich verliere immer wieder Geld, Leute Egal Frohe Weihnachten Bis jetzt in drei Tagen wieder Zur nächsten Folge von GTA Online Mach's gut, ciao Ciao, ciao Bis dann, ciao